Wenn man dann ganz entspannt mit ein, zwei Freunden am Berg geht und dann auch noch einen schönen Flug hat, das ist so eher das, wo die Akkus wieder aufgeladen werden. Herzlich willkommen bei den BASETALKS. Ich bin Gerhard Moser und wenn dich die Themen Resilienz, Stressmanagement und Leistungssteigerung interessieren, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Herzlich willkommen bei den BASETALKS hier auf FS1, der Radiofabrik und im Podcast. Ich bin Gerhard Moser und mein heutiger Gast ist Marco Waltenspiel. Er ist professioneller Wingshotflieger, Skydiver. Was bist du noch alles, Marco? Du hast ganze Latten an der Beschreibung her, ganz viel, was du eigentlich machst. Und ich freue mich richtig, dass du heute da bist im BASETALK. Und du bist ja ein BASETJUMPER, BASETFLEER. Ich glaube, es könnte nicht besser passen. Wir sitzen da, für die, die es nur im Podcast hören, hinter dir hängt der genialer Wingshot und vor uns liegt auch noch der Helm. Was mich schon lange interessiert hat, bevor jetzt wieder endlich da zusammengekommen ist, wie wird man überhaupt professioneller Wingshotflieger? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also bei mir war es eigentlich so, also mein Dad ist gesprungen, mein Papa ist auch schon Vollschwung gesprungen. Also ganz früher, die sind noch mit dir rumgekommen, in die Berge gesprungen und so. Und von dem her bin ich halt am Flugplatz mehr oder weniger aufgewachsen. Und wir waren halt jedes Wochenende auf irgendeinem Bewerb und so. Und als kleiner Bub, Hubschrauber, Flieger, Vollschwungsspringer, das zieht halt ein bisschen an. Und genau, dann wollte ich eigentlich schon viel früher anfangen, wollte ich schon mit 13 oder so zum Springen anfangen. Und habe ich halt nicht dürfen, weil mit 13 darf man noch nicht zum Springen anfangen. Dann habe ich wieder ein bisschen einen Abstand gewonnen, so zwei Jahre. Und habe halt gewartet, bis ich anfangen darf und dann mit 15 eben zum falschen Springen angefangen. Mit 16 dann die Lizenz kriegt und von dem Zeitpunkt an habe ich auch nicht mehr aufgehört damit. Und das ist halt dann die ersten, ich sage allgemein meine ersten sechs Jahre, habe ich recht viel Bewerbe gemacht und war recht viel unterwegs. War zwei Jahre im Heeresportzentrum in Wiener Neustadt. Und genau, wie das dann nicht mehr war, habe ich eigentlich, ich habe so weiter gemacht. Nur habe halt nebenbei jobben müssen dann und schauen, weil es ist nicht der billigste Sport, nicht das billigste Hobby. Und genau, und habe einfach weiter gemacht und habe aber auch nie darauf gedacht, quasi, dass ich das irgendwann einmal hauptberuflich mache. Ich habe mir gedacht, okay, das ist mein Militär, das war schön und war eine coole Zeit und viele Sprünge gemacht. Aber habe dann nicht mehr darauf gedacht und irgendwie ist dann auf einmal so eine Firma an mich herangetreten. Und wann war das? 2007 ist eben Red Bull gekommen und hat halt gefragt, ob ich nicht in einem professionellen Team springen will. Und natürlich sagt man nicht nein. Und von dem Zeitpunkt an geht es eigentlich ziemlich ab. Weil du gesagt hast 2007, ich glaube 2006, du bist ja mal Red Bull Air Race Teilnahme. War das dann mit dem Flugzeug oder mit dem Schirm? Beim Air Race? Irgendwo habe ich einmal gesehen, dass du irgendwie so Abu Dhabi, Red Bull Air Race Teilnehmer hast. Da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich dich nur noch fragen, bist du dann im Flieger auch oder bist du nur ohne Triebwerk sozusagen unterwegs? Also bei so großen Events machen wir meistens so Showsprünge und probieren halt quasi unseren Sport dem Publikum nahezubringen. Also ohne Antrieb war ich dort. Wobei ich habe einmal in Porto, in Portugal, einmal die Möglichkeit gehabt, dass mich der Dario Costa hat mich mal mitgenommen auf so einen Flug mit einem Air Race Flieger. Das ist wild. Aber normalerweise ohne Antrieb unterwegs. Jetzt sieht man ja, wenn man auch deinen Instagram Account verfolgt und deine Online Präsenz gerade in den sozialen Kanälen, ja, atemberaubende Flüge und spektakulärste Videos. Wenn man jetzt so zurückblickt, jetzt machst du das ja schon eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit. Auf was für einen Erfahrungsschatz kannst du eigentlich zurückgreifen? Auf wie viele Sprünge, Flüge, von was redet man da bei dem, was du schon gemacht hast? Also ich bin jetzt 20 Jahre im Sport circa oder 20 Jahre habe ich die Lizenz, sagen wir mal so. Und ich habe vor einer langen Zeit eigentlich schon aufgekehrt, dass ich meine Sprünge notiere. Aber ich glaube, dass ich so irgendwo zwischen 9.000 und 10.000 falschen Sprünge jetzt habe. Genau, das ist meine Erfahrungsschatz. Unglaublich. Ja, es lämpert sich zusammen, wenn man es gern macht und nichts anderes mehr macht. Eine Frage, die mir sofort in den Sinn kommt, wenn man so eine unglaubliche Anzahl an Sprüngen oder Flügen hat und so eine unglaubliche Erfahrung schaut, ist ja dann auch das Thema Habits, Gewohnheiten. Wie gehst du damit um, dass, sage ich jetzt einmal, das auf der einen Seite ist uns ja total wichtig, dass du auf das nicht mehr an zurückgreifen kannst, auf die Erfahrungen für neue Projekte. Auf der anderen Seite kann sowas ja auch zur Gefahr werden, weil man unter Umständen den Respekt vor gewissen Sachen verliert. Wie gehst du da im Speziellen mit der Situation um? Ich glaube, so Gewohnheiten oder Routinen sind, glaube ich, voll wichtig bei der Herangehensweise an einen Sprung quasi oder an eine Show, an ein Projekt, wie man sich darauf vorbereitet und so und wie man halt das Ganze plant. Aber jetzt während dem Sprung, so dass man jetzt irgendwie einen Sprung nicht so wahrnimmt oder so, das ist halt, das ist, glaube ich, was, was man nicht machen soll. Und das hatte eher was mit Respekt zu tun, weil wir haben ja vorher schon mal kurz darüber geredet, aber Respekt, wenn man Respekt verliert vor dem Ganzen, es ist jetzt nicht, nichts gegen Schachspielen, ich spiele auch gerne Schach, aber es ist nicht Schachspielen. Jetzt, es kann schon was passieren und sobald man das irgendwie nicht mehr hat, das habe ich mir selber einmal vorgenommen, dass, sobald der Respekt weg ist, muss ich eh aufhören, weil dann wird es eigentlich gefährlich. Jetzt hast du gesagt, natürlich, es geht immer um Risikominimierung. Wie gehst du an ein neues Projekt, einen neuen Sprung überhaupt ran? Wie können sich das Zuseher, Zuhörer vorstellen, weil du gehst ja nicht irgendwo hin, denkst davon am Fotomat, das ist wahrscheinlich ein netter Berg, da kann man jetzt runterspringen, gehst aufhören und haust dich runter. Ganz salopp jetzt gesagt, das braucht wahrscheinlich ganz viel Vorbereitung, dass das dann auch so funktioniert. Ja, also lustig anfangen dort so, also wenn man jetzt irgendwo, keine Ahnung, man fährt mit dem Auto, man sieht irgendwo im Internet auf Google Earth oder so, man sieht einen Berg, man sieht einen Felsen, wo man sich vorstellen könnte, dass da eine schöne Line drinnen ist, dass man da runterspringen kann und so. Die nächsten Schritte sind dann eigentlich, dass man quasi auf Google Earth oder Mappen sich mal raus misst, ob das überhaupt möglich wäre, von da, wo man glaubt, dass man wegspringt, ob man da Landezonen hat, ob der Gleitwinkel das hergibt, ob das ausreicht und so. Also wenn man so weit ist und das passt, dann muss man auf alle Fälle mal hochgehen und sich mal alles ein bisschen anschauen, ob da irgendwelche Kabeln sind, ob da irgendwas ist, was einem nicht passt oder was halt jetzt nicht gut ist für so einen Sprung, oder? Und im Endeffekt, dann ist es so, dass man halt wirklich zum Exit geht, wo man glaubt, dass man springt, dass man sich halt das alles genauer anschaut. Und bei den meisten Sprüngen eigentlich, was wir machen, ist es so, dass das ist schon alles sehr, sehr genau kalkuliert. So, wir haben einen Laser, der was quasi genau den abfallenden Felsen misst, der was die Winkel bis zu, sage ich mal, 400 Meter nach vorne oder nach unten an misst. Und das kann man dann quasi über seine GPS-Daten legen, ob das möglich wäre und ob das mit seinem schlechtesten Exit, mit seinem schlechtesten Gleitwinkel auch noch funktioniert, da muss man dann drauf schauen, ob das quasi eine Nordwand ist, ob das eine Südwand ist, wie zu was für einer Tageszeit, was für Aufwinde wo sein können und so. Und genau, wenn man das dann alles für sich abgeklärt hat und das noch immer alles passt, dann macht man halt dann den Sprung. Und ja, trotzdem immer noch ein arges Gefühl, wenn man weiß, da ist noch nie irgendwer runtergesprungen oder auch wann schon mal wer runtergesprungen ist, man soll es ja trotzdem checken. Aber so ist so ungefähr die Herangehensweise. Was macht für dich einen Unterschied, eben wie du gerade gesagt hast, da ist schon jemand runtergesprungen oder nicht, es ist ja trotzdem andere Tageszeit, andere Wind, andere Thermik wahrscheinlich. Oder macht das für dich einen Unterschied? Wenn ich weiß, dass da schon mal wer runtergesprungen ist, macht es den Unterschied, dass man weiß im Hinterkopf, dass der Sprung möglich ist. Dann muss man natürlich schauen, okay, die Wetter- und Windverhältnisse müssen sowieso immer passen. Also wenn es jetzt irgendwie für mein Gefühl und wenn man sich nicht wohlfühlt bei der Geschichte, dann sollte man es nicht machen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste in dem Sport, dass man ein Nein sagen kann. Und das macht halt dann den Unterschied, dass ich weiß, da ist schon mal wer gesprungen und es war alles okay und es ist cool und ich weiß, wer da runtergesprungen ist und ich weiß, wie derjenige tickt oder wie der an solche Sachen herangeht. Wenn man so das Internet durchforstet, gibt es ja dann auch noch andere Videos, sage ich jetzt einmal, von Leuten, wie man gesehen hat, ich glaube, es ist jetzt schon ein paar Jahre raus, wo einer in die Schweizer Berge da durch so ein Zwei-Meter-Loch durchgeflogen ist, Uli, weiß nicht, wie heißt es? Oder im Manuelle, genau. Reizt die sowas oder was gibt es für Grenzen für die? Oder wo sagst du, wo sind da noch, was kitzelt die, aber wo passt es mit dem Risiko zusammen? Was hast du für Ziele in dem Sport sozusagen? Ist es dann sowas immer noch extremer unter Anführungszeichen? Wobei die Frage ist, was ist extrem? Ich glaube, für mich selber geht es nicht in die Richtung, ich muss immer extremer, 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 weil wir sind an einem Punkt angelangt, wo quasi Proximity fliegen, am Berg fliegen und so. Wenn man es noch extremer machen will, dann müsste man einfach auch gegen den Berg fliegen. Das macht ja keinen Sinn, weil man will es ja weitermachen. Für mich persönlich geht es mehr in die Richtung, dass ich einfach, ich möchte einfach schöne Linien fliegen. Ich möchte einfach den Berg so gut wie es geht ausnutzen, dass das einfach eine flowige Geschichte ist, mehr oder weniger. Also ich vergleiche es immer ein bisschen so mit Freeriden, wenn man jetzt weiß ich nicht, ob du für Touren gehst oder so und aufpist, denke ich mir, ja. Sehr viel, danke. Du stehst halt auch, du bist beim Raufgehen schon am Schauen, wie ist der Schnee, wo kann man geile Turns ansetzen und wie ist das Ganze und dann stehst du oben, ist wieder eine andere Perspektive, du schaust dir das an und du wählst quasi eine Linie und die muss einfach flowen, die muss einfach Spaß machen, die muss cool sein, die muss gar nicht, du musst auch nicht über einen 20 Meter Klippen drüber springen und weiß ich nicht, vielleicht eh, aber das ist immer... Ich persönlich bin beim Skitun gehen in der ausstiegsorientierten Fraktion. Okay, mit der Gondel runter. Knieschonend, das hast du letztens mal gesagt. Ja, knieschonend ist mir eben, deswegen mache ich das Ganze, meine Knie, jetzt sind wir heilig. Nein, aber um das geht es mir eigentlich ein bisschen, so ich will einfach, es soll einfach Spaß machen und es soll schön sein und es ist schön zum Fliegen und das ist eigentlich das, was ich strebe. Du hast ein Wort gesagt, ich meine für unsere Zusage und Zuhörer, Proximity fliegen, was verstehst du da drunter, was kann ich mir darunter vorstellen als Laie? Proximity hast du nichts anderes wie Nahe, Nähe und Proximity fliegen ist ein Trendwort in der Szene, glaube ich, und das heißt einfach nur, dass man nah am Felsen entlang fliegt. Also wirklich so schön. Ja, genau. Was macht für dich nach all diesen Jahren, du hast gesagt, du bist jetzt seit über 20 Jahren in diesem Sport, was macht nach wie vor diese Faszination aus? Ich meine, hinter uns hängt da dein Wingshut, also ich meine, ich beneide dich, weil ich denke mir immer als leidenschaftlicher Bergsteiger, Kletterer, Frühjahr etc., denke ich mir immer, ja, oben stehen und wieder runter müssen, so, ja, das wäre doch echt mühsam. Ist einfach mühsam, könnte mir einen Schirm nehmen oder so. Was macht für dich nach wie vor diese Faszination aus? Ich glaube beim, also jetzt rein von der Bassseite, also vom Bassspringen, ich mag das Minimalistische eigentlich recht gern und das ist halt was, was total, also nicht, das finde ich cool, das ist lässig, weil du brauchst halt nicht viel. Ich meine, im Endeffekt die Suit, was hinter uns hängt, der Helm und dann brauchst du noch einen Fallschirm, aber du hast alles in einen Rucksack quasi eingepackt, der hat irgendwas mit 10 bis 15 Kilo, je nachdem was für Equipment, das man sonst noch braucht, Seil oder Essen, viel Essen. Und genau, und du gehst hoch, brichst dich zusammen, springst runter, dann. Und du hast halt einfach echt, der Freund von mir sagt immer, das Gesamterlebnis. Aber es hört sich komisch an, aber es ist so, im Endeffekt, du gehst halt auf hier und hast deine Ruhe und kannst das Ganze entspannt angehen und dann kommst du oben an und bist dann gleich wieder unten. Das ist natürlich auch ein effizientes Mittel, um zu kommen, dass man schnell unten ist. Definitiv. Wie gehst du eigentlich in Extremsituationen um oder wie gehst du mit Extremsituationen um? Wie triffst du Entscheidungen in Extremsituationen? Weil es gibt ja oft auch nicht viel Zeit für eine Entscheidung, wenn du jetzt springst und es geht was nicht ganz so auf, wie du vielleicht geplant hast oder denkst. Wie gehst du eigentlich in so Situationen dann um persönlich? Ich gehe vorher schon mal so an die Geschichte ran, dass ich mich nicht in Extremsituationen bringe, sagen wir mal so. Und wie du schon sagst, es muss alles recht schnell gehen. Und von dem her ist die Vorbereitungszeit oder das, wie ich mir das durchdenke, quasi das Ganze. Im Flug war ich noch nie in einer Extremsituation. Weil das ist halt auch das Praktische am Bessen. Da ist nicht recht viel rum. Okay, da fliegen Adler umeinander oder Vögel oder so. Das ist aber dann schon das Einzige, wenn man sich richtig vorbereitet. Das heißt, man kann sich nur selber in eine Situation bringen, die unangenehm ist, aber das macht man auch wieder nicht, weil Extremsituationen ist ja nicht angenehm. Und wenn jetzt die Wetterverhältnisse oder wenn die Situation nicht passt, sei es jetzt eben, wie ich gesagt habe, Wetter oder ich selber fühle mich nicht wohl, dann mache ich es nicht. Also diesen Nein sagen können ist, glaube ich, einer der wichtigsten Eigenschaften, die immer da sind. Ich finde schon. Und es ist oft auch so, wenn man sich Unfälle anschaut, weil es passiert immer wieder mal was, dann ist es echt oft so, dass die Leute einfach dann nicht nachgesagt haben. In Situationen springen oder in Verhältnisse springen, wo man sich im Nachhinein denkt, warum, warum, warum hat er das gemacht so? Und ich glaube, das ist einfach was, auf das man sich wirklich immer wieder vor Auge halten muss, dass man Nein sagen kann. Aber wenn ich die richtig verstehe, dann kann ich meine Frage, die ich da schon mal notiert gehabt habe, nämlich auch sparen, ob du dann einmal schon dem Tod ins Auge geblickt hast, weil es einfach in so einer Extremsituation warst, wo du, weil einfach die Vorbereitung so gut ist, dass das einfach dann so schön smooth abläuft, sozusagen. Nein, Tod ins Auge geblickt habe ich zum Glück noch nicht. Also ich habe mich, ehrlich gesagt, jetzt beim Base springen noch nie in eine Situation gebracht, wo ich mir denke, das war knapp oder das war jetzt richtig dumm oder irgendwie so. Bin ich auch recht froh. Ich finde gerade kein Holz. Wenn du so zurückdenkst und was so das Base springen und Wingsuitfliegen mit dir macht, wenn du so einen Zuseher und Zuhörer denkst, ich finde das immer spannend, was man so aus dem Leistungssport, aus dem Profisport lernen kann und modellieren kann in Alltag, sage ich jetzt einmal. So ähnlich wie Technologien aus der Formel 1, die man dann im normalen Auto wiederfindet. Was sind so Learnings für dich, was du einfach über die Jahre mit den Unsummen an Sprüngen und Flügen, die du da gehabt hast, was man da einfach Leuten mitgeben kann im Alltag? Was sind da vielleicht Dinge, wo du sagst, das lernt man, das lehrt einem, das wenn man da sehr viel so fliegt, sage ich jetzt einmal. Boah, das ist, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass es halt extrem wichtig ist, dass man sich auf die essentiellen Sachen konzentriert und sich nicht zu viel von außen stehenden Sachen, die was jetzt eigentlich gar nicht so ein Problem wären, wenn man es nicht so ein Problem macht, sondern einfach wirklich schaut, dass man fokussiert bleibt und man weiß, was man machen will, was das Ziel sein soll. Das hört sich komisch an, weil meistens sind Ziele riesig und total verzwickt und so, aber ich glaube, man darf sich einfach nicht zu sehr in Sachen einsteigern, die was nicht wert sind und cool bleiben. Und ich glaube, so wie du zuerst gesagt hast, vielleicht so ein bisschen reduzieren auf das absolut Wesentliche ist wahrscheinlich ein Thema, weil du überlegst ja wahrscheinlich genau vorher, was du packst, was du mitnimmst, wenn du am Berg gehst. Da ist nichts unnötig mitweichend eigentlich. Man mag ja nicht zu viel aufschleppen, was man dann wieder runter springen muss. Wie du zuerst gerade erwähnt hast, ist ja auch ganz spannend. Es gibt ja da wie so ein Känguru-Bag sozusagen in dem Ding, wo ja schon die lustigsten Utensilien von Schlafsack bis Kocher, wie du gesagt hast, die auch schon drinnen waren. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das da irgendwie Platz hat. Ja, es ist relativ viel Stoff und eigentlich große Zellen- bzw. der Beinflügel ist recht groß und vom Profil her hoch bei der Suit. Es gibt ja voll viele verschiedene Wingsuits, Akropatik-Suits, Speed-Suits, solche Suits. Aber da passt schon was rein, auf jeden Fall. Als Schlafsack get easy. Jetzt schätze ich dich einmal persönlich als naturverbundenen Mensch ein, weil du baust ja jetzt auch am Land sozusagen raus, naja, aus und bist ja total viel in die Berge. Ich probiere es. Wo, bitte? Ich probiere es. Wo kannst du deine Zellen aufladen, wie erholst du die eigentlich wieder? Weil ich meine, das sind ja dann auch wieder oft Zeiten, so wie du mir gesagt hast. Ich habe heuer im Jahr, die ersten vier Monate, ein brutales Programm abgespult, wo du eigentlich permanent on fire bist. Und wo kannst du, so jetzt einmal nach Belastungszeiten und wo du halt wirklich voll on fire bist, wieder mal so richtig schön deine Akkus aufladen, regenerieren, was ist das bei dir? Das ist eh ein Berggehen, eigentlich. Also das ist so ein Basin, also wenn ich jetzt mit der Wings oder in die Berge gehe, ist eigentlich das, was am meisten wieder zurückgibt, sage ich mal. Weil, äh, mein Job besteht ja doch recht viel aus, äh, organisieren, äh, man muss einfach schauen, dass die Maschinerie läuft und wir machen viele Events und Showsprünge und Projekte und da ist eigentlich viel Zeit vorm Laptop und Genehmigungen einholen und solche Sachen. Und das ist eigentlich das, was das Anstrengende ist an dem Job oder an dem, was ich mache. Und, ähm, genau, wenn man dann ganz entspannt mit ein, zwei Freien am Berg geht und dann auch noch einen schönen Flug hat, das ist so eher das, wo die Akkus wieder aufgeladen werden, sage ich mal. Ja, das hat mich nämlich auch zuerst, wie wir gesprochen haben, auch vorher noch total überrascht, ne, ähm, auf der einen Seite denkt man als, als professioneller, äh, sag ich jetzt mal, Fallschirmspringer, Basejumper, Wingshutflieger, ähm, dass du das eigentlich hauptsächlich machst und, äh, auf der anderen Seite, so wie du jetzt auch gesagt hast, die sind natürlich auch für die ganz viel Zeit im Office oder eben, wenn man deine Kanäle verfolgt, bist du ja, glaube ich, fast ein besser Videoproduzent, wie man kann der das vielleicht, äh, weil, das ist echt unglaublich, was man da einfach für autemberaubende, äh, Sachen von, von dir an, von eurem Team hier sieht, ne, also, das ist jedes Mal ein Augenschmaß, das zuzuhören, wo man so mitfiebert, wo man sich denkt so, ah, irgendwie kitzelt es einfach so, es juckt einfach so unter die Fingernägel, wenn man euch da zuschaut und es sind ja absolut imposante, äh, Flüge, also, die, die Sucht kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Ja, es, 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 es läuft, es geht gut. Was mich nur interessiert, ich meine, jetzt bist du ja, ich sage jetzt einmal fast wie eine Bilderbuchkarriere in den Sport gemacht, weil du bist einfach da, äh, quasi von Kinderschuhen reingewachsen, ne, in das Ganze kommt man ja auch sagen, ne, wie, wie, wie tastet man sie überhaupt, jetzt für, 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 für einen Laien- und Otto-Normalverbraucher gesprochen, sag ich jetzt einmal, wie tastet man sie überhaupt an sowas ran, äh, dass man das so, dass man, dass du sagst, man kann das safe betreiben, ähm, wie kommt man in das überhaupt rein, kann es mir eine Idee geben? Sicher, also im Endeffekt ist, äh, das erste, was man machen sollte, wenn man das, äh, halbwegs vernünftig betreiben will, ist definitiv einmal die Fallschirmspringer-Lizenz zu beginnen und, äh, das zu machen und, äh, das zu machen und dann ist eigentlich eh, man kommt eh in den Trott rein, sage ich einmal, das ist eh Step-by-Step, äh, Geschichte und, äh, ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man nicht irgendwelche Punkte überspringt. Sag ich einmal, wenn du jetzt, du fangst ja zum Fallschirmspringen an, du hast keine Suit an, beziehungsweise keine Wingsuit oder irgendwas, ähm, du machst deine Sprünge, lernst das Ganze mal kennen, du weißt, um was geht, schon langsam noch ein paar hundert Sprünge, kann man dann einmal drüber nachdenken, ob man eine Tracksuit anzieht, das, äh, ist im Endeffekt auch ein Anzug, der was sich aufbläst, aber du hast Hände und Beine frei. Durch das, äh, ist aber der Gleitwinkel schon mal ganz ein anderer, wie wenn man jetzt ohne irgendwas springt. Genau, dann ist quasi das der nächste Step und, äh, nach der Tracksuit, wenn man sich wohlfühlt und weitergehen will, dann zieht man das erste Mal eine kleine Wingsuit an. Und, äh, genau, und so geht das halt dann weiter. Kleine Wingsuit werden größer, 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 je nachdem, was man machen will. Ja, Grosuits sind eh kleiner und, genau, und wenn man sich dann noch immer sicher ist und das machen will, dass man quasi auch von einer Brücke springen will oder von einem Felsen springen will, dann fängt der ganze Prozess eigentlich wieder von vorne an. Das heißt, man springt, äh, von einer Brücke ohne irgendwas, wenig Delay oder wenig Freifall. Der nächste Step wäre quasi am Berg gehen, ohne irgendwas springen, Sprünge sammeln, Erfahrung sammeln, ohne irgendeinen Anzug. Und dann kleine Wingsuit vom, vom Berg springen und einfach wie beim normalen Felschirmspringen, man muss einfach wissen, wann man einen Schritt weiter geht, ob man ready ist, ob man sich wohlfühlt, ob man weiß, was man tut. Das heißt, wenn ich das ja so für mich jetzt Revue passieren lasse, ist eigentlich ganz viel auch Instinkt bei dir und Bauchgefühl und Intuition. Ich glaube schon, ja. Fühle ich mich da wohl, kann ich den Step gehen, ist, glaube ich, so auch ein großer Schritt in dem Ganzen, ne? Auf jeden Fall, weil, also, wenn man, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn man sich selber in der Position nicht sieht oder auf dem Berg oder in der Situation, dann ist es halt schwierig, ne? Weil dann kann man das viel schwerer machen. Oder es gibt einen Grund, warum man sich da nicht sieht dann. Und wenn man halt sich genau auf das frei mit, das will ich machen und so und wie komme ich dahin dann? Ich glaube, ist es definitiv wichtig, das Bauchgefühl und wie man sich da selber sieht in dem Ganzen. Jetzt hast du gesagt, vom Fliegen her ist ja das eben, dass man sich immer weiter, weiter, weiter steigert, ne? Welche Ziele hast du überhaupt noch? Welche gibt es noch? Du hast zuerst eben gesagt, diese Lines, dass für dich das einer der wichtigsten Punkte ist, aber gibt es was, wo du sagst, das sind wirklich noch Ziele, die du erreichen möchtest? Gibt es sowas überhaupt bei dir? Jeder Sprung hat ein eigenes Ziel, sag ich mal, oder jedes Projekt. Ich finde es halt voll cool, dass wenn man an Sachen düftelt und die dann irgendwann umsetzt, das kann ein Nachtsprung sein über Sao Paulo, das kann ein Flug mit einem anderen Flieger sein, das kann viel sein. Also das Hauptziel gibt es nicht, weil es gibt so viele kleine Ziele, die ich gerne machen will und ich hoffe, dass das niemals aufhört. Von dem her ist noch einiges am Plan, ja. Weil ich denke mal, das sind vielleicht viele Dinge, die sich mal zu sehr zu überständen sagen, gibt es diese eine Wand, wo du sagst, da möchtest du einmal noch runterspringen oder in einem Berg? Ja, da gibt es so viel Wendt, bei uns geht es so gut, die Alpen sind so groß, da müsstest ich mir mal ein Jahr freinehmen, dass ich da mal durchmarschieren kann. Nein, aber von dem her, ich glaube, das ist einfach, auch süß natürlich jetzt ein Holzhaus in Waldstedt oder so, aber jetzt rein von der sportlichen Sicht, ich glaube, es poppen immer wieder mehrere Ziele auf, weil für jedes Projekt quasi, was man umsetzt, ergibt sich wieder was Neues und dann denkt man sich wieder, das will ich auch gerne machen oder das konnte man mit dem kombinieren und so und wenn es halt dann auch noch so ist, dass man das quasi einem Menschen oder einem Publikum quasi dann noch besser darstellen kann oder erklären kann oder rüberbringen kann, was das ist, das Ganze und was das für ein sein kann, dann, ja, die reise ich halt nicht auf, hoffe ich. Das nächste große Ziel ist einmal die Homebase zu fixieren. Ja, die läuft so nebenbei, aber ja, das ist auf alle Fälle auch im Kopf. Und wenn der Basejumper und Baseflieger und Wingshutflieger im Base-Talk sitzt, ich meine, wir sitzen ja bei Base für… Ein Traum, ein Traum, sag ich. Ein Traum, ne, also du müsstest dich ja hier super wohl fühlen. Ich fühle mich total wohl. Und wir wissen ja, Base steht bei mir für Bewegung, Achtungkeit, Schlaf und Ernährung und über das auch möchte ich noch kurz mit dir sprechen und zwar in Achtungkeit steckt natürlich auch das ganze Mentalthema drinnen. Wie siehst du das ganze mentale Stärkethema oder was ist für dich auf der Mentalseite wichtig als Vorbereitung? Gibt es da Sachen, wo du sagst, wie soll man sagen, für deine Herangehensweise, wie machst du die Mentale already für so Sprünge? Gibt es da so Art Procedures oder hast du sowas wie Sprungvorbereitungsroutinen oft, wie andere Sportler haben vor einem Rennen oder so? Gibt es sowas bei dir? Also es ist jetzt, bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich wie, keine Ahnung, Skispringer dreimal im Ohr, dann rotzen und das und das, das mache ich eigentlich nicht. Bei mir ist es eher so, dass ich halt viel am Vortag vielleicht schon drüber nachdenke, wenn das jetzt irgendwas Spezielles ist oder so und das ist immer im Hinterkopf und man denkt halt immer wieder mal drüber nach, dass man halt Plan A, Plan B solche Sachen hat, wie ist das Wetter. Es ist eigentlich durchgehend ein bisschen in meinem Kopf so und auch beim Hochgehen, man denkt natürlich drüber nach, man freut sich drauf und jetzt die Routine in dem Sinn. Ich probiere, ich probiere eigentlich immer, dass wenn ich jetzt irgendwo auf einer Klippe stehe und da stehe, dass ich mich selber sogar noch mal kurz rausnehme und das wirklich auch genießen kann, weil ich habe mich ab und zu ertappt, so auch okay, man geht hin, man ist super fokussiert und man freut sich voll auf den Flug und steht dann da, richtet sich zusammen und springt gleich. Aber der Zeitpunkt, wo man halt vorne steht an der Klippe und es geht ein paar hundert Meter runter und man steht quasi im offenen Raum auf einem Vollargenplatz, den dürfen wir nicht so einfach so nehmen, ich probiere halt, dass ich den quasi ein bisschen genießen kann. Also hier und jetzt im Moment zu sein und das aufsagen. Genau, voll. Was macht das für ein Gefühl mit dir, weil das muss ja ein ganz spezieller Moment eigentlich sein für dich, in dem Moment, wo du da an der Kante stehst und so wie du sagst, vor dem offenen Raum, diese Weite, vor dir hast du nämlich nicht nur in die Ferne, sondern ja auch natürlich unter deinen Füßen dann. Das ist schwer zum Erklären, das ist einfach super. Da spielen halt extrem viele Gefühle mit, ein schwerer Cocktail würde ich mal sagen. Und ja, also das ist halt eine Mischung aus Vorfreude, Respekt an dem Ganzen und Angst, aber gute Angst, die was eher in Respekt umschwankt. Und ja, also ich genieße das halt jetzt mal, wenn es soweit ist. Total genial. Also man merkt ja, wenn wir mit dir jetzt da, wenn wir über das Thema reden, du brennst ja förmlich für dich. Das ist einfach so. Ich finde das so genial, wenn man einfach sieht Menschen, die einfach so ihre Leidenschaft leben und das so einfach erfüllend für wen ist und man das einfach ausleben kann. Ich glaube, das ist einfach das Schönste. Das ist auf alle Fälle ein Privileg, wenn man das dann auch so machen kann. Das ist ziemlich lässig. Du, so zum Ende vom Tag noch, was würdest du unseren Zusehern zuhören? Ich habe es ja zuerst schon mal gehabt, da nochmal so mitnehmen als Take-Home-Message aus dem Tag. Was würdest du denen mitgeben von dir? Was kann man von dem, was du machst, professionell da mitnehmen? Das finde ich mir brutal schwierig. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Wenn es sagen soll, was aus dem Ziel geht. Nein, aber einfach. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einfach auf gewisse Sachen konzentriert oder was man halt machen will und sich nicht zu sehr verrückt machen lässt von Außenstehenden oder Sachen, die was von außen kommen. Weil die sind meistens nicht so schlimm, wie es kommuniziert wird. Und die bringen einen dann oft weg von dem, was man eigentlich machen will. Und ruhig bleiben, mehr ruhig bleiben und freundlich. Gelassenheit einfach einmal ändern. Ja, unglaublich. Du hast total gerne. Ich muss sagen, es gefreut mich persönlich so unglaublich, dass du heute da warst. Voll ja nicht. Dass wir da den coolen Base-Dag machen haben können. Mir ist auch extrem. Hat mir wirklich getaugt und hat mich voll gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch super geile Sprünge. Dankeschön. Ganz viele und dass du einfach noch oft auf Holz klopst. Naja, werde ich machen. Auf jeden Fall. Unbedingt und ich hoffe, wir sehen sie möglichst bald sicher an der einen oder anderen Ecke wieder. Auf jeden Fall. In dem Sinne, liebe Zusehands, das war der super geniale Base-Talk mit Marco Waltenspiel vom Red Bull Skydive Team, Wingsuit Pilot. Schaut euch den Talk gerne auf den Podcast-Kanälen und auf YouTube an. Gibt es auch im Radio und Fernsehen bei FS1 und der Radiofabrik in den Datenbanken dann zum Nachsehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerhard. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.